Da sind wir wieder in Pokemon Carmesine, auf dem Weg zu einem besonderen Ereignispunkt. Sind wir hier stehen geblieben? Und wie es scheint, sind wir schon fast da. Irgendwo hier. Hier ist eine Klippe, aber in riesig. Was hat das damit wohl auf sich? Gehen wir dorthin und finden es heraus. Das ist ein Item, aber die sind uninteressant. Wir haben so ziemlich alles hier gesehen, wir gibt es ja nicht, das ist ein großer Brüder und alles. Und ja, hier gibt es die Mission. Für den Vater Legenden. Jetzt klettert es nach oben, auch wenn es ein bisschen durch die Wand reinglitscht. Folgen wir dem Viech. Vielleicht erhalten wir dann mehr Antworten. Hey, bleib stehen! Wie gruselig! Oh oh! Wir müssen wohl gegen die riesige Klippe kämpfen. Klippe, klüpp! Ich bin gar nicht bereit dafür! Herrscher der Steinklippe! Äh, Klippe! Nices Wortwitz! Äh, aua, wie viel Damage der macht! Aha! Ist das so? Ist das so? Ja, sorry! Super! Ich hab leider... Ich hab keine andere Wahl. Du musst... Leider leiden jetzt. Okay, ich weiß nicht welchen Level es ist. Sieht man nicht, steht auch nicht. Äh... Daneben! Oh, es greift nicht an. Ich kann nicht mehr fliehen. Ja, hatte ich auch nicht vor. Ich wollte dich besiegen. Ja? Ding, 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 ding. Wir haben knapp die Hälfte. Aber... Super. Geht's nicht mehr so super. Na gut. Dann schicke ich eben... Schegi! Äh, Schlägt da! Vielleicht kannst du ja mehr bewirken. Mit... Deiner... Aquaknarre! Hatschi! Piu! Sind wir auf einmal dunkel? Oh, oh! Wutpanzer. Angriff steigt. Spezialangriff auch noch. Und... Identität auch noch! Was zum Teufel? Aber da... Okay, das ist fair. Dafür singt das. Aber das musst du jetzt nicht... Äh... Das hätten wir aber auch alles in einer Textbox... ...packen können, oder? Äh... Was? Er kratzt mich einfach tot! Wow! Aber... Initiative gesenkt. Das macht nämlich die Fähigkeit von Schlick da. Senkt die Initiative von dem Gegner. Ja, wow! Schrei du nur rum. Schrei du nur rum. Mach du halt dein Ding. Äh... Lechonk! Du bist an der Reihe. Zeig, was du drauf hast. Mit deinem... Lebschuss! Jeder muss hier was... ...leisten. Wenn er kann. Äh! Wer war Wurst besiegt! Jetzt rennt er einfach weg! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Was soll denn das? Hallo! Bleib gefällig stehen! Äh... Aua! Aua! Aber stehe ich woanders? Das Herrscher-Pokémon-Klippe frisst etwas. Meike, du hast das Herrscher-Pokémon also gefunden. Das ist also der Herrscher, der Steinklippe. Der ist ja gigantisch. Ob das Gewürz ihn stärker gemacht hat? Meike, pass auf! Oh, gemeinsam im Kampf jetzt. Er hat sich wieder vollgeheilt, oder? Oh, süße rote Bäckchen. Aber ich bin fast down! Wir müssen dann neunt kämpfen, tatsächlich. Das sieht gar nicht gut aus. Los, Mushas, wir servieren eine ordentliche Potion Ohrfeigen. Ein Mushas hat er. Mushas ist ein cooles Pokémon. Vor allem die Weiterentwicklung aus, das. Kann schon mächtig sein. Bam! Das hat mehr Verteidigung, habe ich das Gefühl. Aber wir kämpfen zu zweit, deshalb ist es in Ordnung. Vor allem greift er gerade nur Mushas an, was mir sehr an die Karten spielt. Ding, 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 ding. Dann habe ich jetzt auch keine XP bekommen, wenn er abgehauen ist. Ich darf für die doppelte Ladung jetzt ab. Das ist super langsam jetzt. Die Intensivität sinkt so hart. Latsch. Oh, wir machen das super, mein Kumpel. Das ist so nervig. Ja, ich habe es verstanden. Ich kann es nicht wegdrücken. Ich höre, wie ich spame und alles. Das geht nicht. Ich muss das nicht jedes Mal sehen, okay? Das ist so nervig. Uh, Mushas, don't die. Hi-ja! Okay, okay, sieht gut aus, sieht gut aus. LeChong macht eine sehr gute Arbe, muss ich sagen. Besser als die anderen beiden, die gestorben sind. Bam! Einmal noch, einmal noch. Komm, 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 komm. Mushas, bitte. Ja! Let's go! Das war gerade wirklich wie so ein Raid-Kampf. Nur epischer. Uuuh! Ha, fangen wir jetzt weg. Ha, jetzt wird die Augen auf! Uuuh! Nee, warte, die Augen sind schon immer offen gewesen. Nur die Ohren vertecken es. Das merke ich erst jetzt. Lol. Okay. Sehr gut, Michael. Tolle Arbeit. Diese Herrscher-Pokémon können einem ganz schön Angst machen, wenn sie wütend werden. Hm. Da drin gibt es bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das das eben gefressen hat. Lass uns fix nachschauen, bevor er zurückkommt. Du meister, komm zurück. Oh nein. Es ist, es ist jetzt noch nicht vorbei. Es ist ziemlich dunkel, also pass auf, wo du hintrittst. Was hast du denn gefunden? Das, was er genascht hat. Diese, dieses Gewürz. Das ist es. Genau so sah das Geheimgewürz in dem Buch aus. Ihr findet einen Stängel. Süßes Geheimgewürz. Nice. Wow, Wahnsinn. Das habe ich nur dir zu verdanken, Maike. Mal sehen, was das Bruder so sagt. Süßes Geheimgewürz. Ist gut für einen gesunden Magen und hilft bei der Verdauung. Es wirkt hervorragend gegen Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Uh, das habe ich, das könnte ich gut gebrauchen. Die Musik ist lustig. So Kuppert mäßig. Aber es hat Kuppert so, so. Alte Cartoon mäßig. Wenn ich es ihm doch nur sofort geben könnte. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, dir zu beweisen, was ich drauf habe. Ran ans Schneidebrett. Wow. Und das ist der Mund auf dem Mund. Ha ja, das hier so und dann das dazu. Sorry, da, so warten musstest. Hier habe ich was, ein geiles Sandwich gemacht. Und als Dank dafür, dass du das Herrscherbrettung besiegt hast, kriegst du einen Orden von mir. Das Design habe ich mir von den Arenaern abgeschaut. Cool. Eins von fünf Faden der Legenden abgeschlossen. Aber will ich das ganze Sandwich für mich haben? Ich weiß, dass Coralton das gerne ist. Ja, das stimmt. Was ist das mit diesem Belingen los? Das kommt einfach so selber aus dem Buggeber raus? Hey. Isst du das noch? Hey, es gibt keins für dich. Das ist meins. Na gut, hier. Ah, das hatte ich doch extra für dich gemacht. Vermeke ich es aber nichts ab. Oh, schade. Äh, ist ja gut, ich habe es kapiert. Dann bekommst du eben die Hälfte von meinem. Oh, danke. Gua, gua. Oh, hast du schon aufgegessen? Oh, ja. Coralton hat die Reittechnik Sprinter lernt. Boah, endlich. Hm, täuscht ich mich oder ist es gerade um die Stärke geworden? Oh, ja. Wow, echt jetzt? Wow, das war der Hammer. Wenn sie auch solche Effekte haben, dann können sie sich doch auch vernutzen, unsere Schatzsuche sein. Ja, ganz bestimmt. So, nach diesem Geheimstand wünsche ich mich erstmal richtig satt. Jetzt nur noch alles aufräumen. Nee, du brauchst nicht helfen. Du bist sicher Plattformkampf. Rote lieber aus. Überlass das hier mir. Geh die anderen suchen. Okay. Aber, ich will zur nächsten Stadt. Da gibt es nämlich eine Arena, die ich herausfordern möchte. Ich bin dir echt dankbar. Sehr mysteriös und geheimnisvoller Charakter. Okay, sie sind weg. Hm, jetzt betet er. Du kannst jetzt rauskommen. Was? Was kann rauskommen? Irgendein Pokémon hat der, wofür er das macht. Na gut. Man wird noch nicht erfahren. Und bringen, bringen. Dann werden gerufen. Hallo, Maike. Hier spricht Antiqua. Choradon scheint einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangen zu haben. Offenbar kann er es jetzt noch stärker beschleunigen, während du auf ihm reitest. Du bist auf den linken Stick rein. Du kannst Choradon spründen lassen. Brüte gegen einen Baum, irgendwas passiert. Okay. Ich hoffe, dass du die Padea-Region zusammen mit Choradon noch weiter erkunden wirst. Vergiss auf eurem gemeinsamen Teuer nicht, dass du dabei keiner festgelegenden Route folgen musst. Der Weg liegt allein in deiner Hand. Aber ich mache trotzdem meinen Guide. Behalte einfach die Karte im Blick und wähle ein Ziel, das dir beliebt. Lass dich dabei ruhig von deiner Neugier leiten. Ihr zwei werdet euch auf eurer Reise mit Sicherheit viel Erfahrung sammeln und daran wachsen. Ich vertraue darauf, dass du dich gut um Choradon kümmerst. Ich mache vor allem meine eigene Richtung, weil ich von einfach bis auf schwer machen möchte. So wie es normalerweise auch immer ist in Puppen und Spielen. Und ja. Ja, da muss ich mich jetzt verabschieden von den ganzen Makuhitas. Denn wir sind gleich da. Glaube ich. Ja doch, wir sind gleich da. Und da ist die Arena. Vielleicht können wir es sogar heute noch machen. Das wäre echt cool. Schatz, mach Spaß. Hi. Ich bin auf der Schatzsuche. Euch jüngeren Schülern steht nichts im Weg. Irgendwie sowas. Ah, das ist eine Schülerin? Also, sorry, aber das sieht nicht aus wie eine Schülerin. Und hey, in jedem einzelnen Switch-Spiel sieht Nebulaks Umhüllung ganz anders aus. Ich habe außerdem die Feuchertag eingesetzt. Aber ich bin sowieso im Schlaf, also. Es ist nicht so schlimm, aber. Ja. Das hier finde ich ein bisschen komisch. In diesem Spiel, dieser Schatten hier. Nicht unbedingt mein Liebling, aber auch nicht schlecht oder so. Ja. Jetzt kriegst du das aber erst mal von meinem Starter. So, hören. Los, Takoho. Ich finde das super, wie die einfach hier zuschauen, die Pokémon. Ich mag das sehr. Das ist wirklich ein Vorteil dafür, dass man nicht irgendwie irgendwo hingetippt wird in so einen ganz kleinen, Viereckraum, wo der Hintergrund jedes Mal gleich ist. Sondern es ist einfach wirklich vor Ort Camps so wie in Legends. Das ist so der Vorteil daran. Heißt nicht, dass ich es besser finde. Heißt nur, dass es, äh, einen Vorteil hat. Haben kann. Ja, okay, komm, machen wir mal einfach nachher weg. Ist okay. Akzeptiere ich. Kramworks. Oh nein. Das Ding gibt es hier auch noch. Na gut. Dann muss ich auch eben verbrennen. Dunkelnebel. Denkst du, du kannst mir entgehen? Hä? Das hat mich zu... Das hat mir gar nichts gebracht. Hä? Warum hat das eingesetzt? Das hat ihm wirklich gar nicht geholfen. Ha. NPCs, die wirklich auch die NPCs hier funktionieren. Ne? Habe kein Brain im Kopf. Level 19! Weiß noch nicht, ob das zu hoch ist oder nicht. Ja! Du wirst einen Schatz gewiss finden. Danke. Jetzt auch nicht fürs Missgendern. Ciao. Ich möchte schnell Pugman heilen. Und da ist schon die Stadt. Also Schnur, Schnacks. Schnuschen der Axt dahin. Ich glaube, mehr Trainer sind hier nicht, oder? Nur da vorne noch diese eine. So, genau. Man kann sehr viel XP farmen. Also diese Bonbons farmen bei diesen... Ne? Bei diesen Wunschbrunnen. Falls man das will. Aber ich habe das Gefühl, das wird vielleicht noch zu OP. Noch ein Choreogl. Den kennen wir schon. Choupet. Oder Choupet. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich nenne es immer Choupet. Aber es gibt viele Leute, die auch Choupet sagen. Also... Ja. Ne. Wenn ihr es nennen wollt, heute kann ich in den Kampf gehen. Aber ich darf nicht mehr fliehen. Fliehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Schaut mich vorhin ran! Mein Gott. Reichen Drifftlin hab ich gesehen! Ja, die ganzen Geister-Pokämon ... kommen obviously in der Nacht hier. ... zum Vorschein! Und da hinten die Windmühle, ein paar Elfpers. Okay, wo bist du Drifflon, ich hab dich doch gesehen. Uh, ein ganzer Schwarm von denen. Abkürzen nach Boladin. Ich bin da schon längst da gewesen. Oh, ich kann nichts gegen Lichter anrichten. Ah, ich hasse es, lass mich raushören, nein! Stimmt, ich sollte mal nachchecken, wie viele Gegner hier noch sind. Oder ist der Dude nicht hier? Hä? Hier ist kein Dude. Dann ist es vielleicht egal? Na, ich werde trotzdem noch diese eine Trainerin oder den Trainer, ich weiß nicht mehr, die Trainer war ich noch. Und dann gehen wir in die Stadt rein. Komm her! Ich will kämpfen! Ja, du bist zu mir gekommen! Magst du kämpfen? Ja, dafür bin ich hier. Wonne, Wonne! Ab in die Tonne mit dir! Let's go! Einigler! Ich möchte mich aber nicht einigen mit dir. Wenn ich sage, du gehst in die Tonne, dann gehst du auch! Batsch! 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 lustige sache hier ist mein icon das ist ja ein haupt spaß und ich hatte vorhin so ein lachflash weil das so geil aussieht mit diesem roturm auge auf dem punkt das sieht so geil aus hatte ich vor der aufnahme richtig geilen lachflash ich weiß an jemanden gejuckt aber ich wollte es trotzdem mal sagen das ist mein display ich mach was ich will auf zur arena die pflanzen arena da ist unser feuer pokémon perfekto mundo ob wir es nicht und schon mal wer das ist jetzt wieder bei einer arena was ein krasser zufall ich hoffe du glaubst jetzt nicht ich hatte ja auf dich gewartet nur um mit ihr kämpfen zu können ich hab das nicht geplant ich schwörs zum beweis hat er sich diesmal nicht heraus auch wenn ich schon die lose von kampf hätte der boom anscheinend seit dem letzten mal stärker geworden zu sein und hiermit wirst du perfekt auf die arena vorbereitet sein eter danke ich habe mir die wartezeit mit den trainer mit den trainieren vom sagen wir 20 proben versüßen bis dann okay so viele schüler letzte zeit sehe ich so viele also ich meinem quarks angetreten bin habe ich glanlos verloren mein vokaler ist bestimmt schaffen ja definitiv wir kommen in der arena von laden das wichtigste alles als herausforderung registrieren der name ist meike okay fordere ich mit allen arena leiter kohle so messen kannst muss die arena prüfung bestehen deine aufgabe wird es sein sonn flora zu suchen wie du vielleicht weißt es polar die die stadt der künstler die anwohner hier wissen die sonne und die natur sehr zu schätzen denn die sonne lässt die pflanzen gedeihen die wiederum zum motiv ihrer kunst werden sonn flora verkörpert beide elemente weshalb das suchen und versammeln von fluten flora hier ist das radition geworden ist eine aufgabe ist es also ein flora in bulani zu finden hatte auch schon nach pokémon die vision sonnenförmige problem aussehen um die arena prüfung zu bestehen musste zehn flora einsammeln und sie zum flora plaza bringen was ich den klassischen auf deiner karte im vermerken gehen von nach rechts so weit die arena verlässt wenn du zwei sonn flora statuen sie ist bist du richtig sprich dort einfach mit einer person vier folgen ja also hier diese gebäude sind einfach nur um sich zu registrieren und dann musst du wieder rausgehen und dann gibt es irgendwo in der stadt oder neben der stadt eine prüfung weiß ich warum wir so gelöst haben denn auch zum beispiel gab es ein stadion das ist direkt hier okay das ist direkt nebenan ich bin solena und kümmere mich um die sonne flora und du bist hier für die prüfung richtig und dann habe ich bei dieser flora verteilen sein flora also gut ich ein bereit zu sein das heißt es geht los viel über suche arena prüfung finde die sonnen flora ihr kennt ja alle sonnenkern und sonnenflora ist die weiterentwicklung sieht genauso aus wie die blume die wir hier auf dem topf sehen ist ein süßes pokémon aber ist halt nicht wirklich und so nicht stark ist er ziemlich mickrig aber egal hier ist doch alles soll die hier suchen oder nicht wo soll ich denn suchen nach hier sind welchen verlöchung was uns zuvor benunden gefunden gefunden weil ich sind sehr viele sich grad ja ich habe damit die geredet ja das zählt ich habe angedrückt und meine der glöchte war das so bekämpfen ich mag sonnenflora auch wenn es nichts kann ich mag es so glücklich so süß aus sonnenkern auch in ordnung ich weiß noch ich hatte letztlich mal irgendwann einen sonnenkern in der nasslock das war sehr lustig und das war einer meiner besten pokémon das da kann ich mich noch irgendwie so teilweise erinnern das war jetzt kommt mit 44 ok ihr könnt doch schon mal hier reingehen stimmt im trailer sah das so aus als wären die sonnenflora in 5 fps aber hier sind sie in ordnung würde ich sagen falls es die gleiche quest ist wie in dem trailer aber ich glaube irgendwie schon also soll ich erstmal alle 10 sammeln und dann dahin bringen kann sein dann müssen wir erst mal im düsen am betrieb seht ihr noch welche ich habe einen gesehen hier eingeschlafen in der nacht ich habe gerade gelesen dass so ein flora bringt ich war keine ahnung ist sondern schon folgen wir aber ich habe was ganz anderes gelesen am sorry am sorry es tut mir leid versteckt sich hier im top lustiges versteck trotzdem finde ich dich ja gut obwohl ein bisschen doch die langen bisschen rum sehe ich hier ein bisschen low sind sie hier schon und was machen die jetzt ach so oder wie die können die einfach hoch aha die tippeln sich einfach nach oben alles klar ok so hier sind noch zwei können noch zwei weitere sein hier hier geht es aus der stadt wieder raus ich glaube ich bin hier falsch wir sind personen kern aber ich brauche so ein flora sie ist eins der eins brauche ich noch und dann ich weiß noch zehn von 14 im kopf gerade das habe ich glaube es sind zehn hier ist eins da was alle zehn und bringen sie zurück okay schon mal ihren flog ist warum ist so klein ich hatte so viel größer naja egal geschafft war nicht schwer ich bin das erste oh gott oh gott ja da sind die low frame krasser lehre du hast alle zehn samstag gefunden damit darfst du jetzt nun kämpfen wo ist er gut hier drin scheinbar dann gehen wir hier rein den haben wir heute noch egal wie lange es dauert den machen wir jetzt das ist geschafft wow heftig wie herzlichen glückwunsch jetzt darfst du gegen den arena da kämpfen möchte kreuzte das künstlerische natur-talent bekämpfen natürlich okay dann ich bin sowas von ready ein pokémon wird sein bei mir das wird schon reichen denke ich gegen seine pokémon ich sage drei pokémon wie die ersten retteren aber lass mal schauen sie hat eine herausforderin was machst du da oben und hab hat ein messer weiß ich respekt dass du es bisher geschafft hast ich heiße kolze und bin ein künstler der sich auf pflanzenburgmann spezialisiert hat außerdem bin ich der gerade leiter von baladi ich habe deine arena prüfung von der windmülle aus beobachtet diese schärfssicht mit der du die sonnflora aufgespürt hast wahrlich avagardistisch was ich hoffe dass du diesen sinn für ästhetik auch im kampf demonstrieren wirst es ist in der zeit eine gemeinsames kunstwerk zu schaffen wachst du sagst wachst du bereit las kreativität freien lauf die lüten ein weiterkoll so für die namen lustig kunst kann erschaffen und zerstören würde ich nicht zu nährstoff für meine pokémon zu werden das hätte niemals überlebt und drei punkte wie ich politisch aber auch richtig so seht ihr wie einfach es ist die ersten beiden rennen mit dem feuersteller zu machen das ist so einfach ich musste gar nicht irgendwie level dafür mogelbaum okay mogelbaum ist eigentlich wie mobile also mobile entwicklung ist eigentlich ein gesteins pokémon aber ich glaube wenn es ein tricksen dein kunstwerk hat potenzial lass es gemeinsam vervollständigen okay hey coole text wo gewommen ist echt schön aus dem spiel aber es bewegt sich nicht es ist zeit für mein nächstes meisterwerk ich nenne es von der mogel zum baum oh mein gott mogelbaum wird endlich ein echter baum krass dass er endlich zum echten baum wird nach all den jahren erst mal in gen 2 und jetzt eine große blumen auf seinem kopf in der welt der kunst ist das tempo manchmal entscheidend also heben wir es an wegbereiter und nein bitte bereite meinen weg nicht das tat schon weh kumpel das akzeptiere ich nicht einschauen das war's mit dem feuersteller ist es mega easy also kann man theoretisch mit dem feuersteller auch erstmal hier hin aber kann man machen wie man will generell schaufler wir werden jetzt schon wieder schaufler erlernen ja dann machen die schlusser weg ihr nicht werden du entscheidest du selbst klärsmog wir müssen erklären niemand weg damit und das war's zweiter ordnen ging sehr schnell ja welch avantgardistischer kampfstil der junge hat ein krasses designer auf jeden fall welch künstlerische taktik die abfolge der attacken die auswahl der pokémon und seine strategie war perfekt bis ins kleinste detail wenn dieser kampf nicht als wahre kunstbezeichnet werden kann dann ist nicht so weit diesen titel würdig du hast meine herausforderung maklos gemeistert hier kriegst du mit deinen orden und ein erinnerungsfoto ha yeah let's go wenn du zwei erinnerern besitzt lassen sich der pokémon jetzt bis level 30 leichter fangen einer so begabten trainerin mit ihr möchte ich auch meine lieblings tm schenken wegbreiter die spiration spulen gerade noch so aus mir raus ich explodiere gleich tschuldigung ich muss schnell weg ähm ok ich hoffe dir geht's bald besser und ich hoffe auch noch dass ihr bald wieder einschaltet hier bei pokémon karmesin verzeihung aber bist du einfach die berühmte maike neminar hat erwähnt dass es einen vielversprechenden neuling gibt ach entschuldige dass ich dich einfach so anspreche ich sollte mich erst mal vorstellen mein name lautet seniors ich bin ein mitglied der top 4 der pokémon liga und unterrichte kunst an der akademie ich würde wirklich gern mehr über deine beweggründe erfahren maike was wirklich dazu erinnere ich uns zusammen warum möchtest du champ werden eine freundin hat es vorgeschlagen danke für deine antwort auf diese frage gibt es keine richtige oder falsche antwort weißt du denn so schön alle wege führen zum schlund von paldea wusstest du dass deine freundin emilia der jüngste champ in der geschichte paldea ist möglicherweise verbirgt sich in dir das gleiche blöde zahl wie in ihr wenn du nach dem champraum strebst wirst du mir früher oder später im kampf gegenüberstehen ich kann dir nur empfehlen lang und hart zu trainieren dann hast du selbst bei einer niederlage nichts zu bereuen und du bist natürlich auch jederzeit in meinem kunstunterricht willkommen ok da können wir noch bald demnächst mal vorbeischauen oder der blick ändert sich nicht mehr emotionen durchgespielt vor einem kleinen test und dann wird der blick ändert sich nicht mehr damit wir die blick ändert sich nicht mehr dann bin ich mit dem gar nicht mehr hin und ich bin mit dem gar nicht mehr